Mr. Freako Außer ist das auch von irgendeiner Firma. Hier steht irgendwie Quick Mix drauf oder so. Wollen wir jetzt keine Werbung machen, aber vielleicht kennt das ja der eine oder andere So ich dachte komm spiel mal ein paar online runden hier wieder Ja ist alles schön und gut was soll das denn hier so Was ist denn hier los team irgendwie gibt es ja hier jetzt Alter wie viele gibt es denn hier Statistik Team was ist denn Team Tritt einem Team war ja okay Na keine ahnung brauchen wir jetzt nicht mehr spieler mehr spieler ja Online Ja machen wir doch mal ein online match hier öffentliches spiel Gucken was da abgeht aber das hat man ja glaube ich schon mal gemacht ne boah das ist schon alles so lange her leute ich habe schon wieder ganz voll verpeilt hier Übel 300 sekunden später Tja fehler bei spieler suche keiner hat bock keiner will spielen leute Tja nein dann machen wir es halt anders machen wir Nein zurück wie komme ich denn zurück was so Machen wir es so Dann machen wir die andere kacke hier Streckenzentrale fahren wir da einfach mal wieder ein paar strecken mal gucken was da so abgeht Oh jetzt sieht das design aber auch ein bisschen verändert Beste aller zeiten trials Bestwertung diesen monat Machen wir die doch mal oder Machen wir die doch mal oder Bestwertung diesen monat Ja Trials Gucken wir mal was da schönes gibt Oh extrem habe ich natürlich kein bock drauf weil die werde ich sowieso nicht schaffen Machen wir die hier Mittel Dirt Run MX Okay die machen wir mal Gucken Von Johnny 3788 Absorbiere die strecke oder halte bronze Okay Los geht's Endlich mal wieder ein bisschen fahren hier Ich hauptsache ich kann es noch Ja sieht doch ganz gut aus Und dann hätte ich zwar jetzt mehr bock gegen andere aber was soll man machen ne Ich hau Easy miese Oh Das war fast schief gegangen Das auch Ah Ich will ja keinen fehler machen So na easy Strecke ich werde auch rum zu schreien kommen wir holen uns gold oder was sagt ihr würde ich doch sagen ist jetzt doch kein fehler ist oder locker gehen hier scheint aber relativ lange strecke zu sein wenn ich das hier so sehe was da noch alles kommt schilder aufgestellt sprünge sind alle wunderbar zu nehmen keiner zu weit keiner zu kurz schon easy gemacht hier auf jeden fall und da ist es vorbei was haben wir gold an 238 so die haben wir extrem lassen war aus wie gesagt dann machen wir jetzt tropical flow das hört sich doch erotisch an oder auch von johnny mann der gibt sich aber mühe anscheinend ja ich verstehe solche leute und die solche langeweile haben die hier so bei trials fusion so strecken erstellen verstehe ich nicht also das grenzt doch schon an langeweile oder nicht finde ich ich habe da echt besseres zu tun als hier irgendwelche strecken zu erstellen oder was sagt ihr dazu leute habt ihr auch schon mal so strecken erstellt bei irgend so im spiel habt ihr über ihren spielmann editor benutzt na toll das natürlich schon richtig reingeschissen ich mache von vorne könnte meine kommentare schreiben ob ihr schon mal irgendwo sowas gemacht habt jetzt nicht unbedingt bei so ein spiel vielleicht bei irgendeinem anderen wo es dann sowas gab also ich fand das eigentlich immer unnötig ach du scheiß was hier los gott da müssen wir da die jetzt lang wo müssen wir denn alter was alter der checkpoint ist aber scheiße gesetzt wir müssen aber jetzt richtig saftig nehmen hier kommt schon da müssen wir rüber ok mein gott jetzt alter ok das ist ein bisschen schwieriger aber das ist cool bisschen schwieriger darf es ja gerne sein wenn wir zerspannen dann hier oh geil 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 so was mag ich natürlich auch natürlich richtig blöd jetzt aber jetzt schaffen wir es das fehler lernt man oh gerade noch so gekriegt mal ein bisschen wenig schwung aber jetzt mega jam alter was ist hier los mega höhle oha oha jetzt geht es rund das ist nenne ich aber hier wirklich tropical flow du scheiße man oh schön hier oh ja wow shit alter gut gemacht hier die ist auch cool mal silber ja wir haben drei fehler gemacht deswegen silber keine lust schwer können wir machen oder willy endo oh gott habe ich ein bisschen angst lieber nicht deep in the cave das hört sich schon besser an auch schwer können wir mal machen oha ich sehe schon kommen oh gott ich sehe es kommen leute was hier los ist ich komme da noch nicht mal rauf scheiße so jetzt aber oh man sowas ist ja der war zu schlapp scheiße oh nein das war auch nicht gut oder ach gerade so gut kurz zurückfallen lassen hier und dann rauf zack na komm nein oh man oh warum egal jetzt scheiße ich mal auf die fehler hauptsache hier durchkommen oder was sagt ihr scheiße ach komm schon so wohin jetzt hier durch hier durch und hier rüber aha shit oh rauf da eh jawohl hier rauf schön oh oh jetzt schnell rüber uh der war zu schlapp oh oh nein da kommen wir nicht mehr hoch ne da kommen wir nicht mehr hoch leider nicht jetzt aber der war gut oh yes nein jetzt kommt da kommen wir nicht mehr rauf scheiße oh oh jetzt aber easy oh easy naja mit sechs fehlern kann man nicht mehr von easy sprechen ne oh nein oh oh was ist das hier wieder für ein Buckel scheiße gerade nochmal so aufgefangen oh da komme ich doch nicht hoch so scheiße was ist denn das hier so ein bisschen lässiger fahren dann geht das auch oh okay das meine ich jetzt nicht mit lässiger und da sind wir yes ah noch silber geschafft das ist doch gut hill climb competition oh shit Leute die nehmen wir schwer oh wieder von Johnny der hat echt lange Weile was los mit dir Johnny ein bisschen düster was ist hier denn los unter Wasser what the fuck über Bomben und Moda ah toll schon reingeschissen da war noch nicht mal ein Checkpoint verarschen mein Bart juckt von vorne scheiße hier war noch nicht mal ein Checkpoint bisher so schwer war das oh man was ist das für eine Kackstelle komm schon hier habe ich ein scheiß Motorrad ausgewählt kann auch sein dass ich da nicht so gut rüber komme jetzt aber komm jetzt raus hier aus dem Dreck zack so jetzt rüber hier vernünftig jawohl wo ist ein Checkpoint Alter ah da sehr gut meine Güte Leute oh shit ja gut oh oh Bomben über Bomben weg hier wo ist das Gift Giftgas hier weg hier bloß oh oh nein nein oh oh komm Checkpoint warum jawohl vielleicht retten wir uns ja noch ah nicht mehr aber egal Checkpoint gekriegt hoch hier Hillclimb ja ja nein oh man weiß es gar nicht jetzt nicht zu doll hier ah mein Kopf aua Mann mein Kopf komm schon vorsichtig nein jetzt komme ich hier aber nicht hoch nein komm schon streng dich an du kannst das doch oh der ist echt zu doof scheiße nein komm schon äh streng dich an komm schon du bist doch in der Motorrad ja ja endlich mein Gott oh jetzt geht das schon wieder los komm schon hm halt dich doch noch er hat echt keine Lust er hat keine Lust sich hier noch zu halten oh was ist denn das für eine Verarsche hier an der Stelle müssen wir vorsichtig sein oh scheiße der Kopf ja so geht das okay scheiße ey komm schon hoch hier nein scheiße nun das ist echt nicht so leicht Leute komm schon ja nein äh jetzt sehr gut okay was geht jetzt scheiße was ist hier los oh Feuer ich mag kein Feuer nein ich mag kein Feuer aah ich verbrenne scheiße das gefällt die Müllabfuhr aber gar nicht dass sie hier über ihren Müll ablagern ne ich bin heute vor der Müllabfuhr Leute nein voll reingejumped ey oh ich bin einfach komm schon aah ich bin einfach zu langsam für den Jump Mist ich muss mehr Power haben also so schon mal gar nicht komm schon jetzt aber aah 300 Sekunden später jetzt fahr doch mal da hoch das geht doch um dein Leben Junge jetzt aber komm schon ja oh oh jetzt nicht abkappen bitte nicht ah den Checkpoint bitte den Checkpoint nein oh das gibt's doch nicht scheiße ob ich wann ob ich das nochmal hinkriege Leute oh Gott ich glaube ich komme da nicht mehr rüber verdammt nochmal naja das ist auch schon wieder zu langsam hier jetzt ja Junge Junge ey da raste ich doch aus komm schon jetzt aber komm nein oh man der macht es nicht das gibt's doch nicht komm schon äh alter das ist immer so knapp oh ich ich fass es nicht jawohl komm jetzt nein oh komm schon jetzt jawohl endlich mal ey nochmal Glück was kommt jetzt für eine Scheiße oh nein da ist das Ziel Leute da muss ich jetzt hinkommen gucken ob ich das irgendwie schaffe und ja endlich meine Fresse da steht auch noch sein Name Johnny3788 das war unser Held der Folge Leute ich würde sagen das war's hier bei Let's Talk Trials Fusion ich verabschiede mich gebt doch einen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat dürft mir auch gerne abonnieren wer das noch nicht getan hat und ich würde sagen hau rein bis dann ciao